so auf geht's action party geht ab aber ganz ohne scheiß die haben stealth anzüge wtf das ist einer von uns ich mein das ist jedoch kein crisis oder so das ist hier ein god of duty falsches spiel mit mit so stealth anzügen aber sie grafisch ganz nett aus muss ich ja mal sagen gefällt mir eigentlich ganz gut grad eben sieht die aber auch wirklich kaum was soll sinn der sache ist bei den stealth dingern ja ich bin ja schon dabei ich renne ja schon wieder waghalsig aufs feld und warte nur hat er hat das ist geil gut so wie zu euch fahrzeugen jetzt erledigt noch die paar die hier leben so du noch oder kommen da kommen noch ein paar da hinten leben auch noch ein paar so wie er wegfliegt genial so war's das ja das war's weiter geht's ja bin ja schon unterwegs bloß nicht hetzen ne mein freund bloß nicht hetzen ah komm ihr scheiß unsichtbaren wichser ne so wo sind denn alter hier ist was los alter 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 nein ei 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 jetzt habe ich mich hier aber nein lass mich mal zurück lass mich mal zurück bevor ich drauf gehen bist du ein gegner ihr habt keine ahnung nö du bist kein gegner ich schieße aber einfach mal auf alles was ich bewegt da arschloch du bist einer von mir okay na komm na komm so die luft ist glaube ich rein und halb vielleicht noch größer brecken hier section oberflächeninstallation ausgeschaltet rücken vor um sekundärgebäude zu untersuchen sprengen hier rückgleichen sprengen ja ich lass mich mal waaah waaah alter sagt mir doch davor bescheid ich wäre fast raufgegangen bei der sache hier ui schön tunnel komm martinne wir haben hier den ganzen tag zeit sind wir hier bei den azteken gelandet oder wat häh sieht auf jeden fall so aus fällt mir jetzt erst auf haha aber hier scheint es hier moderner zu werden so kann ich hier dran scheiße retina was wir gesehen haben war nur eine ablenkung die mauern sind mehrere meter dick drinnen ist kein empfang sag ricks bescheid wir gehen rein kraken hier harper bestätige technologieeinrichtung unter dem tempel fordere räume und eindämmungseinheit für unsere position an achtung kommunikationsausfall im innern erwartet kraken bestätigt bodenteam rücken zu sofort ihrem einsatz aus geschätzte ankunftszeit folgt wiii janasa aufmachen wiii hier sieht's ja toll aus zwei für optische tarnung feindliche optische systeme ist das witzig ist das witzig das ist einfach voll crisis mäßig ja und was mit der waffe alter alter was zur hölle ja klasse ne gehen die kaputt hallo was ist hier plötzlich los ich dachte ich stealth hier mal so ganz locker rein war wohl nix ne so viel zu stealth moment kann ich ihn trotzdem anziehen ja ich mach das trotzdem jetzt mal weil ich es witzig finde sehen die mich die sehen mich einfach die sehen mich nett ich hab keine ahnung doch die sehen mich trotzdem die sehen die buffern oder sowas keine ahnung ja die sehen mich ja trotzdem was bringt denn dieser stealth anzug wenn die mich trotzdem sehen das gibt irgendwie keinen sinn in meinen augen naja egal oh sorry du bist ja einer von uns ich hab so das talent immer auf meine eigenen leute zu schießen boah ich mach den scheiß tarnanzug mal aus weil der taugt irgendwie sowieso nix wo muss ich denn überhaupt hin okay okay kommst kommst her kommt alle rein wir fahren nach unten oh god oh god was für ne stickstofftanks wo sind hier ah hier sind stickstofftanks die hab ich gar nicht gesehen am anfang was zur was zur was zur was zur was ist passiert ich bin in stickstoff gerannt das sollte man vermeiden okay got it ja ich denke ich soll es vielleicht lieber lassen weil daran bin ich gerade verreckt irgendwie wie wie w w Untertitelung des ZDF, 2020